Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Ja, XRP, es hat sich einiges getan. Wir haben unser Ziellevel erreicht, wir haben unser Short Level erreicht und wir haben den ersten größeren Abverkauf gesehen. Eigentlich ist komplett alles aufgegangen, was wir letzte Woche im Video besprochen haben. Wie es jetzt weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Außerdem gucken wir ganz kurz auf die News und eben wie wir jetzt weiter hier vorgehen. Aber es hat sich hier einiges, einiges getan. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnet den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos wie immer unten in der Videobeschreibung und wenn ihr XRP, Traden, Handeln oder Sonstiges machen wollt, könnt ihr das alles natürlich auch bei BingX machen. Das ist eigentlich so meine präferierte Börse, wo ihr Stocks, Forex und natürlich auch Kryptos wie XRP handeln, kaufen und traden könnt. Also Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, außerdem gibt es momentan ordentlich Boni dazu. So, jetzt aber rein in die Analyse. Ihr seht schon, unsere Analyse von letzter Woche ist eigentlich perfekt aufgegangen. Besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können. Wir sind an den Pivot gekommen, wir sind ans Golden Pocket gekommen, wo wir hier eingezeichnet haben und daraufhin ging eben diese Abverkaufluft, das mit dem Stop Loss hier, die 4,3% waren perfekt gewählt. Dafür ging es dann aber auch innerhalb von ein, zwei Stunden ordentlich nach unten. Wenn wir jetzt mal hier einfach mal ganz kurz den Balken hier wegmachen und uns das hier prozentual angucken, vom Entrypunkt aus hatten wir hier 16,5% in der Spitze, wo es nach unten hinging. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, wir haben noch nicht einmal hier unten unsere Box nochmal wieder gefüllt. Andererseits haben wir aber unser Triangle und das zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz auf dem Daily-Timeframe. Das ist unser Triangle, wo wir eingezeichnet haben. Dieses wurde in den größeren Timeframes gut respektiert. Das heißt, wir haben hier letzte Woche darüber gesprochen, dass wir hier ein schönes Breakout bekommen haben mit Breakout-Bestätigung. Wir haben drüber gehandelt. Daraufhin ging es nach oben ins Golden Pocket, was unser erster wichtiger und massiver Widerstand war und was auch voluminös unterstützt wurde. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Daraufhin gab es dann eben diesen Dump. Das war unsere Short-Position, wo wir drüber gesprochen haben. Und dann ging es ordentlich nach unten. Und ihr seht auch hier perfekter Retest auf dem 4-Stunden-Timeframe, auch auf unseren Triangle und natürlich auch ein 4-Stunden-Close über unserem Monats-Pivot. Also, momentan sieht es hier eigentlich gar nicht so verkehrt aus, außer, dass wir hier unten, hier unten wäre es mir eigentlich lieber gewesen, wenn wir in den Bereich der 53 US-Dollar-Cent gekommen wären. Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber hier unten liegt natürlich noch eine Menge Liquidität. Also, wir sollten noch nicht alles abschreiben. Wichtig ist jetzt erst einmal, wir brauchen ein höheres Hoch. Das heißt, mit höheren Hoch meine ich, dass wir hier auf jeden Fall über unser Golden Pocket kommen, über die Marke von 66 US-Dollar-Cent, sondern auf 4 Stunden und auf Daily-Sicht, damit wir diesen Trend nach oben hin weiter fortsetzen können. Weil danach sieht es momentan nicht wirklich aus, muss man auch fairerweise sagen. Wir ziehen uns mal hier das FIP-Level von unserem Hoch bis zu unserem Tiefpunkt und dann sehen wir, okay, wir sind zwar hier im Golden Pocket, aber so richtig impulsiv geht es hier nicht weiter. Wir haben die Ineffizienz in diesem Bereich gefüllt bei 63 US-Dollar-Cent und das war es. Und das Volumen geht auch nach unten. Das heißt, wir haben hier schon mal eine Konfluenz in Sachen Volumen und natürlich auch Preisanstieg. Das passt irgendwie alles nicht. Das Einzige, was noch gut ist, ist der RSI, der hat noch ein bisschen Luft nach oben, also die Chance ist noch da. Sollten wir hingegen hier wieder rejected werden hier oben, wird es erneut eine Short-Position geben, die aber dann wahrscheinlich auch mit einer gesamtmarktlichen Korrektur dann zusammenhängen wird, meiner Meinung nach, dass es noch einmal deutlich, deutlich tiefer geht. Wir haben jetzt die Chance hier bei XRP wirklich nachhaltig mal einen Breakout rauszukriegen. Einerseits natürlich mit diesem Triangle, dass wir hier wirklich die Chance haben, seit wir hier bei 75 US-Dollar-Cent waren, den Abwärtstrend zu stoppen. Das haben wir noch nicht geschafft. Wir sind dort rejected worden. Auch auf Daily-Sicht sieht man das gut. Ich zoome hier nochmal rein. Wir haben hier nur zwei Wigs drüber bekommen in zwei Tagen. Einmal im dritten Wig noch in die Zone rein. Aber das war es dann auch. Wir haben kein Closer drüber bekommen. Das heißt, das Golden Pocket ist derzeit noch massiver Widerstand. Und erst wenn wir da wirklich drüber sind, dann können wir uns über einen Breakout unterhalten und auch übersteigende Kurse von 70 bis sogar einen Dollar. Also 70 US-Dollar-Cent bis einen Dollar. Das meine ich damit. Nicht 70 Dollar, das wäre absolut übertrieben. Das jetzt erstmal so ganz kurz zu dieser Analyse. Ansonsten Long-technisch würde ich erst einmal warten, bis wir hier unten in dem Bereich der 53, 54 US-Dollar-Cent sind, beziehungsweise hier unten bei 50 US-Dollar-Cent. Da gehe ich momentan eher davon aus, dass wir dann hier eine Long-Position machen. Ansonsten Short-Position würde ich dann jetzt auch erst hier in diesem Bereich wieder um 66 Cent reingehen. Ansonsten die von letzter Woche war perfekt. Aber diese Wigs hier unten und die Wigs bei XRP mehren sich extrem. Und das stört mich. Wir haben hier drüben einen gehabt. Der wurde dann früher oder später gefischt. Wir haben hier noch einen bei 53 und dann noch einen bei 54 und natürlich unseren massiven hier unten bei 42 US-Dollar-Cent. Das kann nur passieren, wenn bei Bitcoin eine riesige Korrektur kommt oder wenn es neue Updates gibt zum Prozess mit der SEC. Weil hier ist der Eröffnungsantrag am 22. März. Also auch da sollte dann langsam aber wieder mal was hinkommen. Und ja, da sollten wir uns vielleicht mal ein Kreuz im Kalender machen. 22. März, ob da irgendwas wieder im Chart passiert. Momentan sieht alles noch gut aus. Aber wer weiß, was da schon noch auf uns zukommt. Ansonsten, wie gesagt, tut sich relativ wenig im... Also was heißt relativ wenig? Es ist sehr, sehr viel passiert. Eigentlich mit diesem Trade, der ist ordentlich gut aufgegangen. Nächster Trade, wie gesagt, sollte dann hier oben in diesem Preisbereich dann stattfinden. Long Trades erst weiter unten, wenn wir hier Richtung 53 beziehungsweise 54 US-Dollar-Cent runterkommen. Spot-Käufe, um es nochmal zu sagen. Spot-Zonen sind für mich bei 47 US-Dollar-Cent und 42 US-Dollar-Cent. Dass wir hier runter nochmal Richtung 30 US-Dollar-Cent gehen, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Ansonsten gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Was sagt ihr momentan zu XRP? Seid ihr bullish, seid ihr bearish? Sagt ihr, ist mir scheißegal. Hauptsache, das Ding steigt irgendwann auf 1 Dollar und ich kann verkaufen. Schreibt es unten in die Kommentare rein, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ansonsten kommt heute die neue Podcast-Folge um 12 Uhr online. Also lasst auch da auf Spotify, auf Deezer, auf Apple überall mal gerne ein Like. Dann würden wir uns riesig darüber freuen, um das noch ein bisschen weiter zu pushen und uns weiterhin unter die Top 200 zu voten. Ansonsten war es das von mir. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns dann nächste Woche zum XRP-Update-Video wieder. Ansonsten morgen zu einer ganz normalen Analyse. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stack. Wir hören uns dann auch wie immer uns dann in der naturalen Analyse.